Hallo Freunde der Filmunterhaltung und herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung von dem Film Sonne und Beton. In diesem Film geht es um Lukas und seine Freunde, die Schule schwänzen und ein bisschen durch den Park gehen wollen, um sich ein bisschen Gras zu holen, treffen dort aber auf eine Jugendgang, die gerne ihr Zeug verticken möchte. Die lehnen dankend ab und ja, es gibt schon mal so die ersten kleineren Reibereien, beziehungsweise der Lukas kriegt schon ordentlich was ab, aber sie versuchen sich da mehr oder weniger rauswinden und gehen dann zu ihren Dealern hin. Die sehen das natürlich und fragen natürlich wer das war und einer von den Jungs sagt ihnen das und steckt ihnen dann auch so die ein oder andere ein paar Nettigkeiten zu, die die anderen angeblich gesagt haben sollen. Und die machen sich dann alle auf zu der anderen Gang, um da mal ein paar Dinge gerade zu rücken, was dann natürlich zu einer Riesenschlägerei ausartet und ja, der Lukas ist gar nicht so der Schlägertyp, er pisst sich mehr oder weniger dann aus dem ganzen Trubel, will dann in die U-Bahn flüchten, aber einer der Jungs hat aufgepasst und ist ihm gefolgt und findet ihn auch schließlich. Dann gibt es eine klare Ansage und zwar soll er und seine Kollegen bis zum nächsten Tag um 3.500 Euro am Start bringen, ansonsten gibt es mächtig Ärger. Natürlich sind die Jungs alle aus Problemvierteln und alles und ja, 500 Euro hat von denen keiner. Also was machen? Ja, sie kommen auf die glorreiche Idee, die neuen Computer aus der Schule zu klauen. Aber das ist nicht unbedingt die Lösung des Problems. Ja, also ich muss sagen, also ich habe jetzt extra keine Namen genannt der Schauspieler beziehungsweise wo sie vorher gespielt haben, denn die von den drei Jungs ist recht wenig bekannt, beziehungsweise sind recht unbeschriebene Blätter, beziehungsweise in der Besetzung teilweise gar nicht so aufzufinden im Internet. Aber man muss sagen, die Jungs haben schauspielerisch echt gut was drauf. Also die haben mir gut gefallen, durchweg. Schauspielerisch war es eine sehr gute Leistung von den Jungs. Was man, also es ist halt so ein, sag ich jetzt mal, deutscher Ghetto-Möchtegern-Gangster-Film halt. Und ja, er ist sehr unterhaltsam, das muss man sagen, er ist unterhaltsam. Natürlich kommt da auch diverse Musik vor, wo ich sage, Leute, hört euch diesen Schmutz nicht an, hört euch diesen Schrott nicht an. Wenn ihr guten E-Pop hören wollt, kann ich euch den gerne empfehlen. Dann schreibt in die Kommentare, dann empfehle ich euch mal so ein paar gute E-Pop-Sachen, aber den Schmutz, den ihr da in den Film seht, bitte nicht hören. Es ist eigentlich so eine Story, wo man sich denken könnte, ja, das kann tatsächlich so vorkommen. Das kann tatsächlich so passiert sein damals. Man macht zwar am Anfang die Anmerkung, dass es auf einer wahren Begebenheit beruht, relativiert sich das dann wieder in der zweiten Zeile, es könnte auch nicht so sein. Aber, naja, also ist es wirklich so, so wirklich, alle drei Jungs kommen aus so einem Problemviertel. Jeder hat so seine eigenen Probleme zu Hause, in der Schule, im Umfeld und so weiter und so fort, wo man dann wirklich auch dann so ein bisschen auch so Mitleid mit den Jungs kriegt, beziehungsweise ja, weiß, warum die teilweise so sind, wie sie sind. Und, ja, also der Film ist wirklich für eine deutsche Film echt gut. Ich kenne ja eigentlich so ein bisschen so mehr so die amerikanischen Ghetto-Gangster-Filme, so wie zum Beispiel mit Ice Cube damals, Friday, Friday After Next und sowas alles, und Next Friday, wie die Filme alle hießen, oder Boys in the Hood oder zum Beispiel den NWA-Film. So wirklich so halt so die klassischen Filme, sag ich jetzt mal, aus dem amerikanischen Bereich. Aber ich muss sagen, für einen deutschen Film ist das gar nicht schlecht. Also man kann sich den wirklich gut angucken, wenn man so gerne mal solche Ghetto-Gangster-Filme sehen möchte, mit so ein paar Halbstarken teilweise dabei. Kann man sich diesem Film sich echt gut geben. Also der Film fand ich jetzt nicht langweilig. Man muss auch teilweise echt manchmal schmunzeln, auch wenn es teilweise nicht zum Schmunzeln ist. Auf was für Ideen die Jungs kommen, auf was für Ideen die kommen, und was die teilweise alles für scheiße machen, und mit ihrer großen Klappe da, ey, oah. Leute, 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 hätte ich solche Leute bei mir im Stream, die würde ich sofort rausschmeißen. Aber ja, welche Bewertung ich dem Film gebe, sag ich nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator. T-Shirts, Tourenbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop. Alles, was ihr braucht. Ja, da sind wir wieder. Ja, also wie gesagt, schauspielerisch war der Film durchweg gut. Nicht nur von den drei Jungs, auch von den anderen. Man konnte sich hundertprozentig in den Charakteren hineinversetzen. Man konnte auch so die ganzen Nebencharaktere dann auch teilweise verstehen. Auch wenn manche echt teilweise so als, ja, die Lehrer teilweise fanden, haben ja wirklich gar nicht so richtig präsent gewesen. Beziehungsweise hatten keine Respekt die Schüler oder sowas alles. Die waren wirklich nur so Randfiguren gewesen. Die waren einfach da. So wie man es vielleicht teilweise heute wirklich so kennt. Weil Schule ist ja und Lehrer ist ja heute alles nicht mehr so einfach, wie es noch zu meiner Zeit war. Ich glaube, die Lehrer, die heute an der Schule sind, die würden Schüler wie uns gerne haben als teilweise die Schüler, die heute so sind. Und ja, schauspielerisch war es super. Man konnte sich in die Story hineinversetzen. Es war alles leicht zu verfolgen. Es war jetzt nichts, ähm, abgedrehtes im Sinne von, das ist jetzt komplett unrealistisch oder so. Der Film hatte gewisse Spannungen gehabt. Der Film hatte ein bisschen Humor gehabt. Der Film hatte ein bisschen Drama gehabt. Also, man hat da wirklich gut was reingemixt. Also, da hat der Felix Lobrecht, der da sich dem Film mitverantwortlich zeigt, beziehungsweise auch Drehbuch mitgeschrieben hat, dies und das und so, produziert hat, wirklich eine gar nicht so schlechte Leistung abgeliefert. Also, ich bin mit dem Film wirklich zufrieden. Also, von daher gebe ich dem Film tatsächlich gute vier Totenköpfe, weil man sich den Film echt gut angucken kann. Also, der Film ist wirklich in Ordnung. Fünf Totenköpfe jetzt zwar nicht, weil, ja, perfekt, das ist perfekt, aber, ähm, für das es ein deutscher Film, ein Ghetto-Film ist, ja, kann man sich den wirklich gut angucken. Also, da bin ich nicht unzufrieden. Ja, das war die Filmbewertung zu Sonne und Beton. Wenn ihr mögt, was ich mache, klickt auf den Abo-Button, gebt mir ein Like und dann sehen wir uns doch bei der nächsten Filmbewertung wieder. Tja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bis demnächst.